Moin meine Freunde meines Kanals und schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt bei meinem Video. Ich bin der Matze und ich begrüße euch sehr herzlich bei Matze Investiert. Ich würde sagen, steigen wir gediegen in die Welt der Finanzen ein, zum Beispiel Gold, Silber, Edelmetalle, Platin, weiß der Geier was, Aktien, Bitcoin, Kryptowährungen allgemein. Im Moment ist es ja so, dass gerade dieses Thema extrem gehypt wird. Heute werden ich mir zum Beispiel so das letzte Video von Montana Black anschaue, der so mehr oder weniger gemeint hat von wegen, ja, Familie dies, das und jenes und was würde er mit 10 Millionen Euro machen und ja, und hier und da Sicherheit, Kryptowährungen investieren. Da hat es mir schon wieder die Fußnägel aufgestellt, wo ich mir gedacht habe, so aha, okay. Aber letzten Endes muss das jeder für sich entscheiden, ja, was er sie sozusagen für den ganzen Thema hält. 1.824,98 US-Dollar, nee, pardon, 79, ich nehme euch mit rein, ganz gediegen in die Welt des Goldpreises, würde ich sagen. 1.824,77 US-Dollar pro Finanzen Gold. Und liebe Freunde, es ist ein harter Kampf. Das sehen wir aktuell hier das Wochenendniveau von 1.817 und bis zu diesem Wochenendniveau von 1.791,54 US-Dollar pro Finanzen Gold am 5. November ging es ja exakt schnell, steil, bergauf. Ja, das sieht man ja hier, diese Linie. Und jetzt geht es nicht mehr so schnell bergauf, ja. Ihr wisst es ja, diese 1.820 bis 1.840, 1.845, wenn nicht sogar bis zu diesen 1.850 US-Dollar Bereich ist ein hart umkämpfter Bereich, ja. Aber sollte das nachhaltig so bleiben, nachhaltig gehalten werden und vor allen Dingen auch übertroffen werden, ja, meine Güte, holy shit, dann ist hier der Weg bis 1.870, 1.875 US-Dollar pro Finanzen Gold relativ schnell getan, ja. Das nur mal so als Information, wo wir aktuell stehen. Ich würde aber noch nicht so weit gehen und sagen, okay, ihr wisst es ja, was ich da immer dazu sage. Der Drops ist endgültig gelutscht und der Kampf ist direkt gewonnen, ja, warum und wieso das jetzt so stattfindet, das darauf kommen wir später noch. Aber das ist jetzt aktuell momentan ein sehr hart umkämpft. Und man sieht auch, so die Volatilitäten sind extrem klein, gerade hier vom 8. November bis zum 9. November. Man sieht hier, diese Volatilitäten sind schon extrem mini, ja, also extrem mini. Und da siehst du halt, okay, da geht es ums Eingemachte, da ist richtig, richtig viel Kohle im Spiel, ja. Okay, Silber sieht ganz anders aus, holy shit, da sieht es ganz anders aus. Am Wochenende 24,17 US-Dollar, aktuell 24,13, also da hat man nicht so den Eindruck, dass der Silberpreis mit dem Goldpreis mitperformen kann. Zumindest im Moment noch nicht, ja. Man muss auch hier dazu sagen, die 25, also die 24 bis 25 US-Dollar Marke, und das sehen wir hier ganz gut, ist halt auch eine heiß umkämpfte Marke, ja. Und hier sehen wir halt, dass wir hier bei 24,50, wenn man jetzt hier dieses Hochtiefende reinschnalzt, so ungefähr bei 54,51 halt abgeprallt sind, ja. Und dann ging es halt wieder bergab. Aber, wie immer gilt, es hängt halt jetzt aktuell auch vieles vom Goldpreis ab, wie sozusagen der hier so weiter vonstatten geht und was der diese Woche, beziehungsweise am Wochenende so von sich gibt, ja. Also es bleibt auch dahingehend sehr, sehr spannend, würde ich sagen. Ja, dann ein kurzer Break zu einem anderen Thema. Ich habe ja auf dem letzten Stream einen sehr interessanten Kommentar bekommen. Keine Kritik an sich, sozusagen an meine Person, sondern generell nur eine Fragestellung. Zumindest habe ich das so interpretiert. Im letzten Stream waren nicht so viele Leute dabei. Ich werde mir das abgewöhnen, am Sonntag zu streamen, sondern ganz wie immer halt dann am Samstag meine Streams veröffentlichen, beziehungsweise zur Verfügung stellen. Und dann habe ich einfach die Möglichkeit, mit mehr Leuten zu interagieren, ja. Okay, aber da schreibt einer, also ich muss leider heute genau das Gegenteil behaupten. Du hast zwar dein Programm voll durchgezogen, bist aber auf die Fragen im Livestream nicht eingegangen. Hier dazu nochmal gesagt, es ist nicht immer so einfach, auf jede einzelne Frage einzugehen. Ich versuche zwar schon immer, zwischendurch Fragen zu beantworten oder auch mit meiner Community zu interagieren, aber je mehr es halt sind, umso schwieriger wird es halt, da wirklich jeden Einzelnen gerecht zu werden, ja. Also ich hoffe, ihr könnt mir das auch nachsehen. Und damit meine ich nicht meine persönlichen Fragen. Des Weiteren willst du dich neu finden, aber redest weiterhin in deinem Livestream vom Alten. Da hätte ich gerade mal die Gegenfrage gebracht, was ist denn das Alte, ja. Weil im Endeffekt ist halt die Situation so, wie sie ist, ja. Und momentan, ich habe es ja gerade am Anfang schon angetasert, sind wir halt in einer Zeit, wo eben Kryptowährungen gehypt werden, ja. Das ist einfach so, das kann man jetzt blöd finden oder gut finden. Letzten Endes muss man diese Situation halt so zur Kenntnis nehmen, wie sie halt eben sind, ja. Und warum soll ich dann, ja, sozusagen mit meinen Interessen nicht dagegenhalten, ja. Also verstehe mich nicht falsch, es soll kein Hate sein, sondern konstruktive Kritik. Aber wenn ich mir die Kanäle von dir, Markus Indy oder Business oder Politis, Politises, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, anhöre, kommt immer wieder heraus, der Markt wird manipuliert. Da stellt sich mir doch die Frage, warum tut ihr euch nicht zusammen und ändert was? Gemeinsam ist man stark, Fragezeichen, das System ist seit Jahren kaputt und krank in jeder Hinsicht. Eine Reparatur bringt hier nichts. Nur gemeinsam ist man stark, daher meine Idee, eine Allianz, Fragezeichen, wünsche alle ein schönes Wochenende. Oder einen schönen Wochenstart in dem Fall. Im letzten Absatz, da kann ich nur absolut zustimmen, ja, natürlich ist es so, dass das System an sich und gerade das Finanzsystem voll im A-Keller ist, Punkt, 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 ja. Das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz ist das damit nicht getan, wenn sich zwei, drei YouTuber zusammentun und mehr oder weniger dann in einem Livestream zum Beispiel das gleiche sagen, was sie ohnehin in eigenen Videos schon sagen, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, was dahingehend der Mehrwert darstellen sollte, sozusagen. Aber natürlich, ich bin immer offen für Kooperation, das wissen aber auch alle die, die mich kennen und die mit mir mich verfolgen. Ein Silberpapst Markus weiß das, ein Indiana Jones weiß das, der auch schon positiv über mich berichtet hat. Auch ein Silberfuchs AG, mit dem habe ich auch schon zusammengearbeitet. Mit einem Silberpapst habe ich natürlich auch schon, sogar schon, ja, persönlich zusammengearbeitet. Und auch mit einer Gesundheitsfiesilke, die zum Beispiel jetzt gar nicht so wirklich mit dem Thema Edelmetalle auf YouTube vertreten ist, habe ich auch schon zusammengearbeitet und, 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 und. Also es ist nicht so, dass hier die YouTuber, ja, sozusagen alle keinen Bock haben, miteinander zusammenzuarbeiten, das ist nicht so. Aber man muss halt schon feststellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ich würde sagen, Kanäle, die wo eine mittlere Größe haben und Kanäle, die eine große Größe haben, ja. Und große Kanäle werden halt einfach nicht, ja, oder sagen wir mal, große Kanäle, so wie wir sie kennen, ja, werden einfach nicht mit Kanälen zusammenarbeiten, die in gewisser Weise frei sind, frei in ihrer Meinung. Weil das unterscheidet ja die, sozusagen die aufgezählten Kanäle, um die es ja geht, ja, deutlich von gewissen anderen Kanälen, die ja gewissermaßen nicht frei in ihrer Meinung sind, ja. Das ist aber mir letzten Endes sehr, sehr wichtig, dass ich meine Meinung frei äußern kann, gerade auch zu dem Thema Investments. Ich finde nicht, dass man immer nur, in Anführungsstrichen, den Mund aufmachen darf, wenn es um irgendwelche grundrechtliche Freiheiten geht, sondern dann selbstverständlich auch um finanzielle Dinge, ja. Gerade da finde ich das sehr wichtig, weil auch hier, wie ja gerade auch in diesem Bericht oder in diesem Kommentar angesprochen, vieles einfach im Unarken ist, ja. Und deswegen, und dahingehend gibt es halt aber auch Leute, die halt das nicht so sehen, die halt einfach auch gerne mal, ja, wie es so schön heißt, wenn es Geld kickt, die Meinung sich einfach abnehmen lassen, auf gut Deutsch gesagt. Und so ein Mensch bin ich halt nicht, ja. Ja, insofern kommt das halt dann oft einmal nicht zu sogenannten Kooperationen, weil ich mich halt hier nicht unbedingt gerne auf irgendwelche Produkte festlegen lasse, ja. Das ist genau das. Okay, aber das mal nur zur Antwort zu diesem Kommentar. Ja, jetzt aber noch, warum und wieso, ja, was ist jetzt mit dem Goldpreis los, warum, wie geht es jetzt weiter, was hat das jetzt eigentlich für Ursachen, ja. Da hat zum Beispiel Markus Plaschzock, wer kennt ihn, ja, von Plaschzockresearch.de, kann ich euch gerne unten verlinken, auch eine Top-Seite, wie ich finde, einen sehr interessanten Bericht gepostet, in dem er schreibt, US-Notenbank tapert und Gold steigt. Geht das Vertrauen in die Fed, in Klammern Federal Reserve verloren, technische Analyse zu Gold, ja. Und das ist ein sehr interessanter Bericht, am Mittwoch lieferte die US-Notenbank endlich die lang angekündigte Drosselung der Anleihenkäufe, das sogenannte Tapering. Ich selbst habe ja auch schon darüber berichtet und gesagt, dass es immer so ein Hin und Her und Her und Hin ist, gerade wenn es um die Aussagen von Jerome Powell geht, der dann immer wieder solche Aussagen rausschnallt, weil er genau weiß, was er mit diesen Aussagen am Markt bewirkt. Und natürlich der Markt dann mit dem Blick sozusagen auf Jerome Powell blickt und sozusagen da genau versucht zu interpretieren, wie und was jetzt da Fakt ist, ja. Also insofern hat das eine gewisse Wirkung, was er da sagt und dementsprechend ist sich die Federal Reserve mit Sicherheit auch sehr bewusst, ja. Die wiederholte Ankündigung hat in den letzten Monaten potenzielle Käufer vom Goldmarkt ferngehalten, denn am Ende der lockeren Geldpolitik würde den fundamentalen Grund für die weitere steigende Edelmetallpreise eliminieren, meine Güte, so die Logik kurzfristig denkender Trader. Ja, und falls jetzt die Frage entsteht, ja, was ist denn jetzt schon wieder mit kurzfristig denkende Trader gemeint, ja, das stimmt zu 100%, ich selbst habe auf meinem Kanal ja schon oft genug berichtet, dass es sich momentan so scheint ist, ja. Es ist auch der aktuellen Zeit geschuldet, viele junge Leute, ja, eher das schnelle Glück suchen werden und das siehst du halt auch in Form von Bitcoin oder von Kryptowährungen allgemein. Noch einmal, das ist kein Hate gegen Bitcoin, ganz im Gegenteil, Leute, die wo da gerne zu Hause sind und sehr schnell Rendite suchen, sind da womöglich auch sehr gut aufgehoben, ja. Aber es spiegelt halt schon wieder, worauf der Markt im Moment spekuliert, eben auf kurzfristige, schnelle Gewinne und mit kurzfristige, schnelle Gewinne sind halt eben nicht Edelmetalle gemeint, ja. Und die Leute, die wo jetzt schon sehr lange oder sozusagen eine gewisse Börsenerfahrung haben, wissen dem Zustand auch und wissen auch genau, wie sie dann ihre Gewinne absichern werden, ja, eben mit Gold. Also ist Gold immer, wird Gold in der Hinsicht oder generell Edelmetalle in der Hinsicht immer stiefmütterlich behandelt, bis zu dem Punkt, ja, wo man dann bereit ist, schnell umzudenken, um eben die Kurzfristigkeit des Denkens zu verlassen, um für die gewisse Zeit in langfristige Anlagen zu gehen, bis sozusagen das Schlimmste ausgestanden ist, wo wir wieder bei dem Thema sind, ah, Gold macht ja anscheinend doch das, was es tun soll, ja. Nach dem Motto, käufe die Gerüchte und verkaufe die Fakten, fiel der Goldpreis im Vorfeld der US-Notenbank-Sitzung noch einmal auf 1760 US-Dollar zurück, um nach der Ankündigung des Tapering, wir erinnern uns am Freitag, ja, steil anzusteigen und die Woche mit einem Plus von 2% bei 1818 Dollar zu beenden, ja. Das ist ja genau das, was am Wochenende passiert ist, ich habe dazu dann auch ein Video veröffentlicht, ob jetzt sozusagen, ja, die Rallye durchstartet mehr oder weniger oder was habe ich da genau geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr, ich kann gerne nochmal nachgucken, nicht, dass ich hier einen Blödsinn erzähle. Gold vor exorbitanten Ausbruch, Inflation voraus, wann platzen die ersten Blasen, ja, genau deswegen habe ich das gepostet, weil ich damit schon gerechnet habe, dass das Tapering auch negative Ausmaße nimmt, ja. Kettner Edelmetalle hat dann zwei Tage versetzt danach ein sehr ähnliches Video gebracht, wo er auch nochmal über dieses Thema gesprochen hat, Gold vor, ja, vor Gold Rallye oder irgendwie so, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf alle Fälle einen sehr ähnlichen Titel. Und was ja dann schon auch sozusagen darauf hindeutet, dass der gute Matze hier vielleicht doch nicht so auf der Brennsuppe daher geschwommen ist. Aber okay, ich will hier gar nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Beginnend im November werden die Anleihenkäufe der US-Notenbank monatlich um 15 Milliarden US-Dollar reduziert werden und letztlich Mitte 2022 auslaufen. Und liebe Freunde, das ist ein sehr kurzer Zeitraum, ja, das ist, wenn man mal bedenkt, mit was für den Summen die Federal Reserve hier gekauft hat, ja, dann ist das schon eine enorme, eine enorme Leistung. Diese Erwartung ist nun komplett eingepreist und jede Abweichung von diesem Plan wird mehr Inflation bedeuten und steigende Edelmetalle-Preise mit sich bringen, ja. Das ist jetzt sozusagen, könnte man sagen, auch dieser Startschuss, dieser aktuelle Kampf und genau deswegen sehen wir diesen Bullenkampf, diesen Bullen-Bären-Kampf in Sachen Goldpreis bei ungefähr ca. 1824 im Moment, ja. Deswegen ist diese Woche so spannend. Aber, und jetzt kommt's, gibt es hier noch ein Fakt, der den Goldpreis nochmal extrem befeuern werden könnte oder könnte, indem Paul, ja, also Jerome Paul etwas sehr Interessantes konstatiert hatte. In dem er nämlich schreibt, in seiner Rede, dass man vorbereitet sei, die Anleihenkäufe wieder zu erhöhen, wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten verändern sollten. Man weiß natürlich, dass eine große Rezession unvermeidbar ist, da die Notenbank diese durch ihre Politik der künstlich niedrigen Zinsen erst verursacht haben, ja. Ein Beispiel dafür war die Bank of England, die in der letzten Woche eine lang angekündigte Zinsanhebung nicht lieferte. Man verschob die Zins, den Zinsschritt, den man vermeiden wolle, die Wirtschaft durch übereilte Zinsschritte zu dämpfen. Dies zeigt, wie kaputt die Volkswirtschaften aufgrund der planwirtschaftlichen Geld- und Fiskalpolitik seit Anfang der 70er Jahre in Wirklichkeit ist oder sind, ja. Und genau darum geht's, wenn jetzt sozusagen die Anleihenkäufe der Federal Reserve weiter reduziert werden, was ja sozusagen aktuell der Plan ist, was ja aktuell so eingepreist ist, bis ungefähr Mitte 2022 und es sollte sich dann herausstellen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das passieren wird, aber vielleicht wird's auch nicht passieren, wer weiß das schon, dass der ganze Schuss nach hinten losgeht, ja, dass der Ofen explodiert, auf gut Deutsch gesagt. Ja, was glaubt ihr denn, was passiert? Ganz genau, die Anleihenkäufe werden wieder angefahren, werden wieder hochgefahren. Was ist dann im Endeffekt der Umkehreffekt dessen? Ganz genau, die Inflation wird weiter steigen, ja. Also wie du das Spiel jetzt drehst und wendest, es kommt im Endeffekt immer das Gleiche heraus. Wenn die US-Notenbank die Anleihenkäufe reduziert, so wie sie es aktuell tut, dann wachen die Leute in der Börse auf und sehen, oha, sie müssen ihre Gewinne schnell in Gold umschichten, weil das Kapital eben nicht mehr in den Aktienmarkt reinfließt, ja. Das heißt, der Aktienmarkt könnte hier dahingehend in einen Bärenmarkt überlaufen und dem sind sich Investoren natürlich sehr bewusst, ja. Also werden sie in Gold umschlichten, was wiederum den Goldpreis befeuern wird. Sollte die Federal Reserve aber jetzt dann feststellen, okay, das mit der Reduzierung der Anleihenkäufe funktioniert doch nicht so, wie wir wollen, wird das auf der anderen Seite die Inflation wieder anheizen, nachhaltig anheizen, was den Goldpreis auch wieder befeuern wird, ja. Du kannst das Spiel, wie gesagt, jetzt drehen und wenden, wie du willst. Das ist genau der Punkt, worum es jetzt aktuell geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich aller, wirklich ganz ernst, erst wirklich der Startschuss für einen saftigen Goldpreis darstellen könnte. Und selbstverständlich nachhaltig dann, ich habe ja vorher schon gesagt, vieles hängt auch vom Goldpreis an sich ab, dann auch einen saftigen Silberpreis zufolge hat, ja. Ja, also darum geht es aktuell. Und nur mal so als kleinen Denkansatz mitgegeben, was wäre denn, wenn noch viel mehr junge Menschen das zur Kenntnis nehmen und einen Teil ihres Kapitals aus Kryptowährungen eben auch abziehen, um es dann zusätzlich als Diversifikation noch in Gold umzuschlichten oder mitzuschlichten. Nur mal so als Gedankenanreiz. Liebe Freunde, das war es gewesen sein. Gerne kommentieren, was ihr dazu meint. Es ist eine spannende Woche und die nächsten Wochen werden noch viel spannender. Gerne einen Daumen nördlicher Richtung da lassen. Abonnieren, wenn ihr mich mögt, beziehungsweise wenn ihr meinen Content mögt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Nächste Woche, beziehungsweise am Wochenende werde ich leider Gottes nicht zu einem Livestream kommen. Dann muss ich wieder fleißig arbeiten gehen. Aber die Woche darauf bin ich dann wieder up to date am Samstag. Also sozusagen in zwei Wochen am Samstag gibt es dann gegen 21 Uhr wieder einen Livestream. Aber dazu werde ich noch die passende Ankündigung in meine Community-Tab schreiben. So, jetzt ist es raus. Bis dahin. Ciao mit V. Kuss geht raus und viel Liebe. Bis dahin. Ciao. Ciao.